Servus zusammen, Salve Ertuti. Normalerweise mache ich ja diesen Film erst, oder schon, am Mittwochabend, aber das war gestern schlicht nicht möglich. Ich war hier nur am rumhusten, es hat keiner verstanden, was ich da gesagt habe. Jetzt am frühen Morgen geht es alles ein bisschen besser. In dem Zusammenhang, vielen Dank, ich habe eine ganze Menge Mails bekommen, vor allem von Leuten, die auch sowas hatten wie ich, mit den Tipps, was er da machen kann, ganz toll, ich habe den einen oder anderen auch befolgt. Aber letztendlich, die Summe ist, man muss dem Zeit geben, das muss ich anscheinend noch zwei, drei Wochen, weil sieben Wochen scheint die Zeit zu sein, die man da abwarten muss, bevor das mit dem Husten besser wird. Aber da waren ganz tolle Tipps dabei. Ich habe nur noch vermisst, kennt ihr noch Cat Weasel? Das war irgendwie so 1980 oder sowas im Fernsehen, irgendwas mit Krötenschleim und Mäusepipi. Das war das Einzige, was mir letztendlich noch gefehlt hat. Na gut, kommen wir zum Markt. Also sorry, gestern Abend, das war einfach nicht möglich. Das ist der DAX, basierend auf den Xetra-Kursen. Und wir sind ja nachbörslich dann nochmal deutlich herunter. Wir haben geschlossen bei 13 oder wir waren bei 13.134 im Low. Wenn ich das richtig sehe, sind wir heute Morgen, handeln wir so um die 13.172. Also nicht sehr viel höher als das, was wir gestern hatten. Ich ziehe das mal hier so ein bisschen mehr in die Mitte, dass man das besser sehen kann. Das ist der lange Trend vom All-Time-High, 16.255. Und ja, wir sind da drüber. Machen dann hier einen Inverted Umbrella Doji. Das war am Dienstag, um dann gestern am Mittwoch abzusaufen. Die Zinserhöhung mit 0,75, das war Marktkonsens. Das Drama ging ja gestern dann erst los, als die Pressekonferenz kam und Paul sagte, ja, stellt euch darauf ein, da kann noch mehr kommen. Ja, was soll er denn sonst sagen? Er muss das so sagen. Deswegen hat mich dann die Reaktion dann insbesondere im Nasdaq schon ziemlich überrascht. Ich mache auch hier direkt im Anschluss, also in diesem Film, auch so ein Mini-Nasdaq-Update. Vor allem wegen des Spreads DAX gegen Nasdaq. Also gut, gucken wir mal hier rein. Wir haben diese fette Bewegung hier unten von 11.900 hoch bis zu 13.500. Der DAX hat jedes Recht, jetzt hier nochmal auszuatmen. Der Nasdaq, werdet ihr gleich sehen, der war ja schon auf der 20-Tage-Linie und sogar drunter. Davon ist der DAX weit entfernt. Ich habe es im letzten Film gesagt, der DAX hat ein eigenes Momentum. Wengleich, ich habe mit verschiedenen Emittenten auch gesprochen. Die haben mir gesagt, dass die Umsätze, die hier stattfanden, die waren nicht besonders hoch. Also nicht so ein, gar irgendjemand, der einen großen Short hatte, macht den zu. Das ist auch kein Short-Squeeze, das war umsatzlos oder relativ umsatzlos nach oben getrieben. Wir sind jetzt also gestern Abend, der Schlusskurs 22 Uhr, sind wir sogar auch wieder unter diesen Trend gekommen. Ich werde nicht müde zu sagen, dass wir diese Trends nicht so viel bedeuten. Ich schaue lieber auf sowas hier, beziehungsweise leg es am Körper an. Da sind wir bei 13.500, ganz grob, als Widerstand. Nur nochmals, der Punkt hier ist für mich nicht so wichtig. Der ist der eigentliche Punkt, da sind wir bei etwas unter der 14.000. Das ist für mich der eigentliche Punkt, wenn ich jetzt mal so eine Dau-Theorie anschneiden darf. Von der Technik her sieht es nach wie vor so aus, dass wir uns hier ein bisschen verbrauchen. Der wird müde. Der wird in diesem ganzen Bereich, wird er hier etwas müde. Und wir haben noch nicht mal ein Verkaufssignal über die Stochastik. Auf 4-Stunden-Basis sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Aber wir sind auf Tagessicht, muss ich mich eigentlich darauf einstellen, dass wir uns irgendwo hier bewegen und dann da die 20-Tage-Linie treffen. Ein für mich sehr wichtiger Punkt auf dem Weg nach unten, den sollte er nicht rausnehmen, wäre die 12.550. Und da nehme ich auch gleich den ersten Call. Da sollte man nicht runtergehen. Aber ansonsten darf der hier leicht korrektiv oder seitwärts sich jetzt erstmal so ein bisschen sammeln. Ich mag den DAX. Ich sehe aber momentan vor dem Hintergrund von dieser Technik hier keine Chance, dass wir hier nennenswert drüber gehen. Über die 13.500. respektive gar diesen Punkt hier sehen, bei rund 14.000. Das sehe ich jetzt momentan nicht. Für die nächsten Tage, wie gesagt, erwarte ich eher ein korrektives, leicht korrektives, vielleicht so hier runter in diesem Bereich, so eine 12.850, 12.900. Also ich denke, wir ziehen jetzt hier gleich weiter hoch. Ich habe für den DAX Folgenscheine mit dabei. Der eine, den lege ich immer noch hier drunter, das ist die 12.445. Der liegt eben unter dem eben angesprochenen Punkt. 12.454 ist im Moment ein 18er Hebel, der natürlich dann auch größer wird. Aber ich lege den unter die 20-Tage-Linie und unter dieses kleine Ausatmungs-Zwischentief. Das ist die GZ1-NTV. Den gucke ich mir also auch erst an, wenn wir hier drunter gehen. Dann habe ich als Putt eingenommen, der hinter der 200-Tage-Linie liegt, in der Nähe von diesem Hoch. Das ist die 13.848, im Moment auch ein 18er Hebel. Das ist die GK9A3W. GK9A3W. Also nochmal, ich rechne damit, dass wir hier eher mal korrektiv gehen. Nochmal hier so weiter runter. Wäre für mich auch überhaupt kein Problem, wenn wir unter die 13.000 gehen. Habe ich nicht eine Sekunde irgendein Problem mit. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Nasdaq an. Also jetzt so ein kleines Update zum Nasdaq. Ich hatte, das hat jemand geschrieben, danke dafür, unter YouTube. Ich hatte ja zwei Calls empfohlen. 10.900 und 10.400. Dieser 10.900, ich habe es jetzt gar nicht überprüft, der müsste eigentlich gestorben sein. Aber da hatte ich auch gesagt, bitte den erst nehmen, wenn wir über die 11.700 gehen. Das ist also einer, so wie ich das eigentlich oft mache, so für die Watchlist. Für den Fall, dass wir drüber gehen, kann man den nehmen, weil der dann einen besseren Hebel hat. Der ist gestorben. Der zweite Schein war an 10.400. Mit dem beschäftige ich mich jetzt hier also auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Als die Zinserhöhung kam, war der Nasdaq teilweise sogar, ich glaube 0,7 Prozent über dem DAX. Letztendlich schließen wir, DAX war, glaube ich, minus 1,4 Prozent und Nasdaq minus 3,46 Prozent. Also die Volatilität, was auch den Spread angeht, was ich immer ganz gern spiele, Nasdaq gegen DAX, die war schon enorm gestern. Dieser Spread, den hatte ich das letzte Mal, glaube ich, besprochen am Montag, der ging von 2.050 runter auf 1.720, um dann gestern bei 2.250 zu liegen. Ich spiele diese Position. Ich hatte die Hälfte offen bei 2.050, davon habe ich wieder Teile zugemacht im Bereich 1.800, weil das waren 250 Punkte. Das ist okay, das kriegt man nicht jeden Tag. Habe aber dann gestern Abend so im Bereich 2.180 wieder was aufgemacht. Ich habe jetzt 65 Prozent dessen, was ich machen will. Ich bin nach wie vor Nasdaq long über einen tief im Geld liegenden Call und ich bin in DAX short über einen tief im Geld liegenden Put. Während dieser Phase oder während der Pressekonferenz war das eigentlich gar nicht handelbar. Also nicht mit Scheinen. Future ging, aber Scheine waren so gut wie gar nicht handelbar. Das kann ich auch verstehen. Die Emittenten erweitern dann den Spread, weil die haben gar keine Chance, sich zu hatchen. Keine Chance. Und das muss man einfach verstehen. Die müssen ja sofort dann dementsprechend was machen. Und dann machen sie halt feucht selber die Preise mal ein bisschen breiter. Also würde ich, wäre ich Market Maker, auch nicht anders machen. Scheine waren also wie gesagt schwierig. Dennoch, wie gesagt, ich habe den Spread. Ich bin jetzt sogar leicht long. Ich habe ihn ein bisschen erhöht im Nasdaq Plus. Wir sollen jetzt stehen bei 10.938, also ein bisschen höher als das, was wir gestern Abend hatten. Der Tiefskurs war bei 10.899. Ich meine, ich hätte ihn sogar tiefer gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, da muss ich hier, ja, 10.899, ich meine, der wäre noch tiefer gewesen. Wir haben hier, was Nasdaq angeht, ein kleines Gap. Das ist vom 14.10. Da war der Schlusskurs bei 10.699. Das ist jetzt aber auf 4-Stunden-Sicht. Ich fand es schade, dass er die 20-Tage-Linie unterboten hat. Wie gesagt, er hat dann lang drum gekämpft. Und vor allen Dingen mit dem Zins-Announcement blieb der hier dran. Das sah gut aus. Und dann irgendwann mit der Pressekonferenz ging er halt in dementsprechend den Weg an das Irdischen oder folgend dem Newton'schen Gesetz der Schwerkraft bezogen auf Aktien. Wir haben jetzt hier insgesamt ein ganz gutes Unterstützungsniveau bei 10.680. Ich kann mir vorstellen, dass wir da nochmal reingehen in diesen Bereich. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das hier unterbieten. Momentan nicht. Technik ist, im Vergleich zum Vergleich mit dem DAX, was ich am Anfang gezeigt habe, hier natürlich weiter oder deutlicher negativ. Und hier gab es schon diese Verkaufssignale, die wir im DAX noch gar nicht haben. Auch das macht mir Mut, dass der Spread, den ich da spiele, relativ bald wieder zusammengehen wird. Das ist kein Sprint im Sinne von 3-4 Tagen. Das ist dann so ein Marathon im Sinne von 10-20 Tagen, Handelstagen. Also vor dem Hintergrund, ja, das war viel gestern. Das ist auch noch nicht fertig. Aber ich habe jetzt keine große Angst, dass wir jetzt hier ein neues Jahresloh machen. Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020